Oh oh! Hier bei Rückpass kannst du aufsteigen, ne? Ohne irgendeine Spur zu ziehen. Und wieder festgerammelt. Feine Sache, so eine Kneippzange. Kann man gar nicht erkennen. Doch. Wir haben schicke Wolken. Und wir haben einen schicken Kaffee. Moin. Samstag, 31. August. Der letzte Tag im August. Morgen ist September. Kaffee trinken und dann geht das in der Halle weiter, ne? Ja. So, morg wie das. Vogel, alter Schwede. Jens fährt Shampoo-Dest weiter. Und wir werden gleich Kartoffeln sortieren. Oh, ist noch ein bisschen schattig gerade. Druck reicht noch nicht ganz. Wagen eben raus. Hier sind noch die Fontane drauf. Die sind als nächstes dran mal sortieren. Wir haben aber von den anderen noch eben, ich weiß gar nicht, fünf Kisten. Na, wir kommen schon. Fünf Kisten glaube ich noch. Dann machen wir einmal grob sauber, dass wir keine Sortenvermischung haben. Und dann geht das weiter mit diesen hier. Warum hat der denn jetzt Druckverlust gehabt? Das verstehe ich nicht. Ja, rollen tut er ja schon. Hat schon gelöst. So, die lassen wir hier mal eben so stehen. Piep. Ja. Und dann wollen wir die Maschine mal in Gang bringen. Ja. 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 Sollte muss weitergehen jetzt hier. zweite lampe hängt, noch weiter verdrahten hier. ich hoffe ich mache das richtig. ich bin kein elektriker und ich will das auch nicht werden. das nicht mehr. ich mache nur die lampen ran. ich habe von unserem elektriker einen plan bekommen. hier, schon ein bisschen zerknittert, da hat er mir einfach mal alles aufgemalt, wie ich was wo anklemmen soll. und dann kommt das ganze hier runter, hinten bis zu dem bis zu dem kasten da unten hin. da ziehe ich das hin und dann lasse ich das hängen und den rest macht er dann, weil da kennt er sich ja besser aus als ich. aber so eine lampe anschließen, das wird ja wohl nicht so verkehrt sein. da hängt noch ein seil dran, das nehme ich auch gleich mit ab. und dann kommt da die nächste lampe ran. wie gesagt, ich setze mal noch verdrahten und das seil weiterlegen. das kabel. und sven bereitet schon mal wieder alles vor für die sortierung. das kabel. das kabel. das kabel. das kabel. Das kabel. das kabel. Und wie gesagt, sicher nicht? weil wir es schon noch richtigrires gibt. allen grenierer. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 ja jetzt nochmal 2,5 Kabel fürs Tor da will der Elektriker, dass wir einmal hier oben rüber gehen zum anderen Tor dann haben wir das alles auf der Stromplatte da hinten dann ist das alles einzeln abgewichert das ist besser, dann einmal hier hoch, das macht er dann aber ich will jetzt noch einmal ein Kabel hier oben rüber legen mal gucken, ob ich das festlege, irgendwie wieder zu gehen aber die Lappen sind dran, ich sag 2 plus natürlich jeder muss nicht wieder mir auch noch mal bin gespannt, wie das da haut so, du hast alle Lampen montiert, ne? wir haben die eben auch schon alle durch getestet funktioniert alles wie es soll drei verschiedene Adern, die drei Lampen also wir könnten die, wenn wir wollen, können wir die alle einzeln schalten mit dem Schalter dann, ne? so und jetzt wollen wir euch diese nochmal eben zeigen was das für einen Effekt hat achte mal da auf dem Boden ich stecke jetzt hier eine Stecke rein da braucht man das auf der Kamera so genau aber auf jeden Fall haben wir jetzt Schatten Schatten weg also das bringt und das bei dem Tageslicht, ne? das ist ja am Mittag gewaltig also das hilft, das hilft echt richtig hier haben wir uns jetzt ja ich ziehe das mal aus dann kann Jens das Kabel wieder abschütteln, ne? mit WAGO-Klemm wir machen jetzt die Leuchtstoffröhren die ersetzen wir noch an LED also die lassen wir dran kommt LED rein Starter raus Leuchtstoffhörer raus und dann LED rein und dann haben wir hier im Arbeitsbereich auf jeden Fall genug Licht würde ich mal behaupten und was von euch da kommentiert wurde bezüglich der Beschattung ist definitiv nicht von der Hand zu weisen ist auch logisch aber da wir hier jetzt im Arbeitsbereich die vier Lampen lassen also die, die, die und diese haben wir dann denke ich mal hier anständig Licht drin dass man hier auch sich rühren kann und dass ihr auf den Aufnahmen in den Videos auch dann vielleicht ein bisschen mehr erkennen könnt sehr schön piekfeine Sache das so, sauber ist auch alles wieder also Montag kann das hier wieder frisch fromm und fröhlich frei okay ans Werk gehen ich wollte den Akku tauschen ich will nochmal eben die beiden Kipper zusammenhängen damit das Montag dann damit direkt wieder losgehen kann und dann machen wir für heute so leidlich Feierabend denke ich Mittag ist durch wir haben das jetzt schon halb zwei naja Feierabend auf dem Hof zumindest im Büro wartet noch was jo so da haben wir noch eine Lösung für her für das andere Fallrohr ja mal gucken also ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass sie das noch anständig hinbauen das Problem ist oder die Sache ist ja die die Halle als solches mega gut bisher also wirklich top Arbeit gemacht und alles super aber es ist hier halt ein bisschen was anderes weil es angeflickt ist so und da sind noch so viele Kleinigkeiten wo nächste Woche doch noch ein bisschen was passieren muss wir lassen uns mal überraschen so jetzt aber erstmal eben können wir zusammenhängen und irgendwo hin ich weiß auch nicht wohin vielleicht stehe ich die ja in der Durchfahrt könnten die theoretisch in die Durchfahrt ja mal gucken irgendwo stellen wir sie hin so ich schreien Mann So, jetzt ein Plätzchen zu gucken. Der kann auch mal eben an der Seite. Ich habe den anderen Akkuliner-Zog jetzt einfach da auf die Platte gestellt. Diesen fahren wir in der Halle, dann können wir noch mal schneller vor und zurück, falls wir da noch irgendwie ran wollen, die Tage jetzt heute oder morgen. Und dann kann das Motor tatsächlich auch wieder richtig losgehen. Die anderen beiden Bögen lassen wir mal so stehen. Dann müssen wir nämlich die Betrocknungsböden noch rauf machen. Entweder heute oder halt morgen früh eben. Weil das morgen losgeht um viertel von neun. Noch eins noch wieder zum Direktverkauf rausholen. Leer. Und die müssen auf jeden Fall wieder belüftet werden. Deshalb müssen die Böden da noch jetzt rauf. So, kommen wir da jetzt hinten rum oder nicht? Man weiß es nicht. Ich habe gar nicht entlastet. Man weiß es nicht. Wir probieren das einfach mal. Ach, was wird das schön, wenn das alles fertig ist. Meine Güte, aber bis das hier mit den Pflastern und so, das... Ne, da kommen wir nicht rum. Schade. Da kommen wir nicht rum. Da liegt noch zu viel Gedöns im Weg. Schade. Wenn ich jetzt mal sehen könnte. Moment. Okay. Sauber. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach ja... Oh ja... Oh oh Scheiße Puh... Das war ein bisschen knapp, aber es ging Man muss nur wollen, ne? Man muss nur auf dem Weg gehen, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lüfter auf Automatik. Klappen lasse ich noch auf offen. Noch ist draußen ja kälter. Und wenn ich wieder hier bin, dann kommen die Klappen auch auf Automatik. So, jetzt schnell Kaffee machen. Mit Jens den Besprechungskaffee. Morgens Kaffee trinken und dann geht er los. Jetzt kam gerade noch ein Lkw über gekantete Bleche. Das ist wahrscheinlich für die Verbindung zwischen alten und neuen Halle oben im Dach. Jens lädt das noch schnell ab und kommt dann mit dem Tannenkimper hinterher. Und wir fahren schon mal los. S4, nicht Gen 6. Jörg. Jörg. guten morgen es 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Aua, Junge, 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 ist das jetzt weit vorne, was ist denn hier passiert, Papiere wieder einpacken, Autowagen fertig und TÜV frisch, wow, nice, kann losgehen, was ist denn jetzt wieder, oh, ja so, jetzt ist es besser, ein bisschen geschweißt, jetzt, Bremsen neu und schon ist er frisch, sehr schön, so, jetzt nochmal schnell nach Hause und weiter zurück an die Arbeit nehmen wir auch, pickfine Firma, kann ich wollen in vier, in kling, Auf geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zeit, dass das hier fertig ist, dann soll der Kistenpfuller auf diese Seite, dann wird das alles anders. Ich hoffe, dass Ende dieser Woche die Hallenbauer dann auch durch sind, spätestens. Von mir aus auch Mitte. So. So, die brauchen wir hier. Ach, das schläft ein bisschen am Raubereich. So, wir fraktionieren das hier auf unter 60, also alles über 60 geht raus, damit wir die anständig durch den Pflanzer kriegen. Ja, guck mal an. Wagen können wir auch noch eben hochkippen. Ähm, und die über 60 gehen mit zur Fabrik. So, einmal müssen wir dann nochmal nachkippen und der Rest runterrutscht. So, Elektriker habe ich noch angerufen wegen dem Temperaturfühler. der muss unbedingt so schnell es geht nach draußen. Und wenn er dann ein bisschen mehr Zeit mitbringen könnte, die Lampen auch klemmen. Aber ja, wir werden sehen. So. 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 Wajlar. So. 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 Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 voll geil und lenkt so schön nach, ach ist das herrlich herrlich so, also wo euch stehen geblieben LKW voll roden, das werden sie wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen bis Mittag die kommen dann mit dem Auto zum Essen alle mal her danach ein anderer Schlag, wo es nass werden kann so kurze Pimmelengen da da fahren wir dann mit dem anderen mit dem Schlepper hin, mit dem anderen Agro Liner Zug, das wird da erstmal anroden Vorgewände raus, das hält ja dann auch ein bisschen auf trotzdem bleibt noch Zeit über so wie es im Moment aussieht Jürgen wollte wohl gegen halb vier, eventuell halb vier also es kommt noch drauf an ob der andere Kunde jetzt zwei Züge oder ein Zug roden kann und will und soll und was weiß ich wenn es ein Zug ist, roden wollten wir bis um fünf roden heute wenn es zwei Züge sind, wollte er gerne halb vier aufhören, so, das heißt aber, dass wir dann noch ein bisschen Luft haben da muss ich mir gleich mal eben überlegen was wir dann noch machen mal schauen ich würde ja auch sonst gerne noch einen Zug Stärke zu Hause hinkippen aber das geht ja alles nicht, das ist ja kein Platz tja, und das ist wieder passiert und wieder festgerammelt ich stehe hier wieder wir wollen schon mal vorladen für morgen erste Tour Wietzendorf aber diesmal habe ich ein Seil dabei, das hängt schon vorne dran ja, ist natürlich immer traumhaft gegrubbert hat er hier auch schon das heißt, dass es immer schwieriger wird hier irgendwo mal zu drehen mit so einem Fahrzeug eigentlich sah das noch gar nicht verkehrt aus aber dann hat er in den nächsten Gang geschaltet also ich musste mir dann wohl abgewöhnen hier mit Automatik rumzufahren sondern dann eben auf Handschaltung umschalten damit er nicht von selber schaltet das sah eigentlich ganz gut aus aber dann auf einmal wollte er in den nächsten Gang und dann ging es nicht mehr weiter ist so, muss ich lernen, ist ein Lernprozess irgendwann kriege ich das schon hin mal sehen ich habe auch die eine Achse oben gelassen damit er hier nicht so schwer ziehen muss damit er um eine Kurve geht aber wie gesagt, das ist dann eben alles doch ein bisschen zu weich da fehlen mir einfach die breiten Reifen aber mal sehen, was da mal kommt irgendwann und mit dem Hütutreif, da bin ich auch noch nicht zufrieden mit da müssen wir mal gucken der geht jetzt in die Werkstatt nächste Woche hat er sowieso SP, also Sicherheits- und Sichtprüfung ist ja auch immer einmal im Jahr und dann sollen die da mal nachgucken ob da vielleicht am Hütutreif irgendwo ein kleiner Fehler ist mal schauen jetzt muss Jürgen mir erstmal helfen hier ich komme hier nicht weiter Juni floh spielt Aqui Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 kaputt nö schalter denn wird schon geschießt ganz zusammen der staubreich ist halt auch ganz zusammen ja, von mir aus ja, von mir aus mal weiter ja, von mir aus 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 Mal gucken, ob hier einer kommt. Nicht so aus. Wietzendorf. Ach ne, hier haben wir eine. Geladen hatten wir ja gestern schon. Das ist auch schön, da kommt man rechtzeitig los. Jetzt können die auf dem Feld bei der Roden. Sven geht jetzt in die Halle, sortieren. Und dann, wenn ich wieder da bin, dann springe ich da auch mit rein. So, jetzt können wir jetzt mal Luftpumpen. Muss das denn hier hin? Guck mal. Also, das ist ganz gut. Guck mal. Jetzt haben wir die Höhe oder so. Das ist so. Das ist so. Oh, Lord. So, ich bin hier am Sortieren, der erste Tandem ist gleich leer. Fahrt an den Feld jetzt eben Kisten und ich hole ihn mit dem Auto vom Feld ab. Fast geschafft. Dann haben wir da noch den Einzug ganz voll und ein Wagen noch auf dem Feld, der auch noch voll ist. So, hier Vorgewände, Belana, Speise. So, beide Seiten raus und dann können wir hier Schlingeln fahren, Belana und hier vorne sind ja die Pommeskartoffeln-Frontane. So, läuft. So, 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 Tannenkipper in Reserve, und jetzt geht es zu Hause weiter, im nächsten Wagen an den Bunkerrand fahren, 11 Uhr, eine Dauß, warte mal, dann könnte ich theoretisch, ne, haben wir einen Trecker zu Hause, ja ne, wir machen jetzt als nächstes den nächsten Tandem, nützt nix. Heute mal ganz viele Fahrzeuge, heute darf ich alles fahren, das ist auch schön, mal wieder den alten Autoforgen, kann man dem aber den Boden zugucken hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020